Das phoenix-Tagesgespräch heute mit Bijan Dschir-Saray. Er ist außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Tag in die Hauptstadt. Hallo, ich grüße Sie. Aus gegebenem Anlass muss man bei Ihnen noch hinzufügen, dass Sie im Iran geboren sind und mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen sind. Wir wollen zunächst darüber sprechen, über die Reaktion, die aus Washington zu den Protesten im Iran gekommen ist. Präsident Trump steht, so sagt er, fest an der Seite der Demonstranten. Wo steht denn die FDP? Naja, also zunächst einmal nehmen wir in Kenntnis, dass sich im Iran derzeit einiges bewegt. Diese Demonstrationen sind anders als die Demonstrationen, die wir im November erlebt haben. Im November ging es nur um wirtschaftliche Fragen, also Benzinpreise. Heute geht es um grundlegende Fragen. Die Menschen sind extrem wütend. Sie halten ihre Regierung nicht mehr für glaubwürdig. Und vor allem, sie fordern Veränderung. Sie fordern sogar den Rücktritt des Ayatollahs. Ich glaube, es geht hier nicht nur um die Frage, wo die FDP steht, sondern die Bundesregierung sollte klar machen, dass Deutschland bzw. die Europäische Union auf der Seite der Demonstranten steht. Zur Bundesregierung kommen wir gleich noch, Herr Sarai. Jetzt noch mal die Frage, wo steht die FDP? Wir sind der Meinung, dass wir mit dem Atomabkommen so nicht weitermachen können. Das Atomabkommen ist zwar richtig, es ist gut, einen Vertrag zu haben. Allerdings gibt es Punkte, wo wir der Meinung sind, dass da Zusatzabkommen notwendig sind. Wir brauchen ein Zusatzabkommen über das iranische Raketenprogramm. Wir brauchen ein Zusatzabkommen über die Rolle des Irans in der Region, sprich die iranische Außenpolitik. Diese Elemente sind wichtig für ein Gesamtabkommen. Und ich glaube, damit könnte man die Region etwas sicherer gestalten als bisher. Aber die Iraner haben doch unisono vor ein paar Tagen gesagt, dass sie in Sachen Atomanreicherung, also Urananreicherung, jetzt einfach so weitermachen, wie sie es für richtig halten. Soll man trotzdem aus Ihrer Sicht an diesem Atomabkommen, an dem ja auch die Bundesregierung festhalten will, weiterhin tatsächlich festhalten? Das, was der Iran macht, ist außerordentlich gefährlich. Und selbstverständlich kann die Bundesregierung nicht die Realität vor Ort ignorieren. Deswegen sage ich auch, das Atomabkommen ist zwar grundsätzlich richtig, aber das Abkommen ist nicht mehr im Einklang mit der Realität, mit der politischen Realität vor Ort. Die Rahmenbedingungen im Iran haben sich inzwischen, in der Region haben sich inzwischen verändert. Dementsprechend muss das Abkommen über Zusatzabkommen angepasst werden. Es geht um den Iran, aber wir haben ja gerade in dem Beitrag den Hezbollah-Chef im Libanon gesehen. Es geht latent und vielleicht immer mehr auch um die Sicherheit Israels. Müsste da nicht gerade Deutschland sagen, Nein, in dieser Situation, wo wir sehen, dass sich der Iran, dass sich diese Theokratie immer mehr ausdehnt im gesamten Nahen Osten, in dieser Situation stehen wir enger an der Seite von Israel und übrigens auch an der Seite der USA? Aus meiner Sicht war es von Anfang an falsch, eine andere Strategie zu wählen als die US-amerikanische Strategie. Man hätte zumindest die Vermittlerrolle wahrnehmen müssen, aber den Eindruck zu erwecken, ohne die Amerikaner könnte man das Atomabkommen retten. Ohne die Amerikaner wäre man in der Lage, quasi auch wirtschaftlich gegenüber dem Iran die Zusagen einzuhalten. Und Sie haben völlig recht, es geht hier auch um die Sicherheit Israels in der Region. Wir wissen ganz genau, dass die iranische Politik, beziehungsweise dass der Iran seit einigen Jahren schon über pro-iranische Kräfte, sogenannte Proxys, versucht natürlich in der Region Unruhe zu stiften, nicht nur im Irak, in Syrien, in Libanon, unmittelbar vor der Haustür Israels. Selbstverständlich. Und da muss die Bundesregierung auch Klartext reden. Man kann nicht nur permanent vom Atomabkommen reden, sondern die Rolle des Irans in der Region insgesamt muss noch einmal intensiv diskutiert werden. Ja, der schiitisch motivierte Terror, um es mal so zu formulieren, wird überall hingebracht. Sie haben die Länder aufgezählt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Volk, was ja zunehmend wegen der wirtschaftlichen Lage, aber auch wegen dieser, ich sag jetzt mal, Expansionspolitik der iranischen Führung auf die Straße geht, warum das Volk das so lange erduldet hat im Iran? Naja, das ist wahnsinnig schwierig. Die Menschen ertragen das ja seit fast 40 Jahren, seit der islamischen Revolution im Jahr 1979. Und diejenigen, die es wagen, Kritik zu üben, wir brauchen noch nicht mal über die Demonstranten auf der Straße zu reden, sondern diejenigen, die es auch nur wagen, leise Kritik zu üben, sie werden mit Sicherheit sofort entfernt, befinden sich dann sofort im Gefängnis und werden unterdrückt. Das ist der Iran, geht sehr brutal mit Andersdenkenden im eigenen Land um. Dementsprechend traut sich auch niemand. Dieses System perfektioniert die Islamische Republik seit über 40 Jahren. Dementsprechend gibt es keinerlei Widerstand im Iran und die Opposition ist gezwungen, im Wesentlichen im Untergrund zu arbeiten. Es kommt sehr selten vor, dass Menschen auf die Straße gehen. Das, was wir im November und jetzt erleben, das sind Dinge, die wir eigentlich in den 40 Jahren Islamische Republik sehr selten erlebt haben. Das ist eine traurige Bestandsaufnahme zur Situation vor allem auch der westlich orientierten Menschen im Iran. Kommen wir noch zum Schluss, Herr Sarai, auf einen anderen Brennpunkt. Das ist Libyen. Dort gibt es jetzt einen sogenannten Waffenstillstand. Heute soll es wahrscheinlich zur offiziellen Unterzeichnung in Moskau, dieses Waffenstillstandsabkommen zwischen den verfeindeten Parteien, kommen. Wie beurteilen Sie das vor allem auch, dass es jetzt tatsächlich Moskau und Istanbul ist, was da den Ton angibt in Syrien? Grundsätzlich ist das positiv, aber man muss abwarten. Das heißt noch lange nichts. Russland und Türkei sind nicht Partner in Libyen, sondern Rivalen. Sie stehen auch an unterschiedlichen Seiten. Man muss schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, dass wir unbedingt diesen sogenannten Berliner Prozess brauchen. Das ist übrigens einer der wenigen Initiativen, einer der wenigen erfolgreichen Initiativen der Bundesregierung. Wir müssen es schaffen, auf Dauer dort eine einheitliche Regierung hinzubekommen. Wir müssen gemeinsam, die internationale Gemeinschaft muss alles dafür tun, damit kein zweites Syrien hier in Libyen entsteht. Sagt Bihan Dschir Sarai, der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch in der Hauptstadt. Sehr gerne. Vielen Dank.